Hallo, mein Name ist Linus Mons, ich bin 17 Jahre alt und tourne beim SV Merkestätten. Wir haben jetzt gleich unsere württembergischen Meisterschaften und wir freuen uns sehr darauf. Wir sind jetzt gleich dran, aber ich glaube, das wird alles gut klappen. SV Merkestät, 2, 3, 3! SV Merkestät, 2, 3! SV Merkestät, 2, 3! SV Merkestät, 3! SV Merkestät, 3! Das war's. Wir sind jetzt nach der Übung, wir sind relativ glücklich, wir sind gut durchgekommen. Ja, okay. Super.